Es geht weiter immer weiter vorne zurück bei Pokemon Legenden RQs. In der heutigen Folge wollen wir uns wieder mal auf den Weg machen. Ich überlege gerade, ob wir wirklich in die Hauptstory machen oder eher vielleicht irgendwie ein paar Items noch abholen, die hier in der Nähe sein sollen. Wir können jetzt, weil es ist in Rage. Ja, aber der Weg dahin ist weit, also relativ weit. Wir können noch viele Pokemon fangen, trainieren und ich habe mir überlegt, dass ich heute wieder mal eine kleine Special-Folge mache. Dementsprechend also Special-Folge insofern sollen sie heute wieder mal eine Folge auf schwarzerdeutsch machen, weil wir das in der Vergangenheit doch viel zu wenig gemacht haben, vor allem in den letzten paar Jahren, früher viel häufiger. Und ja, wie wir sagen, Freunde, machen wir das direkt mal in 3, 2, 1 und mal schauen, was wir jetzt so erleben. Das ist jetzt mal ein Faxo. Was macht das? Was macht das mal ein Faxo da? Alter Schwede. Okay. So, Kumpel. Ich glaube, ich bekämpfe es oder fange ich es? Hm. Ein Schwerball. Das erste Fangen. Ganz vorsichtig. Es pennt. Es schläft. Es wird Nacht. Und du gehörst mir. Ja. Juhu. Manfaxo. Yeah. So, das ist Manfaxo gefangen. Sehr geil. Um entdeckt zu werden. Ah, okay. Da gehört auch zum Pokédex-Drax. Sehr schön. Schon krass, dass man sogar Pokémon so weit oben kann entdecken. Ah ja, das ist doch einfach nur herrlich. So, äh, wir sind noch ein bisschen weiter weg. Warte mal an, Höhebasis. Da können wir doch mal ganz kurz dahin. Weil ich muss noch ganz kurz hinteren zum schauen. Äh, Pokémon austauschen. Nein, ich glaube noch nicht. Ja, wir können theoretisch sagen, ey komm, jetzt könnt ihr doch eigentlich mal den Faxo fangen. Aber nein, komm noch nicht. Warte mal. Irgendwie stürzt es mich. Vielleicht habe ich nicht irgendwie... Pin-Stempel. Ja, komm auch mal so. Äh, Stern-Symbol. Kann ich ja mehrere markieren? Ah, cool. Frage ist nur, wie ich mir das jetzt auf der... Da auch anzeigen, oder? Ups. Und andererseits, jetzt, guter Zeitpunkt. Für Damienplex. Es ist Zeit zum Trainieren. Du, 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 du. Confusion. Was? Man, das ist doch scheisse. Ups. Gut, da ist gerade irgendwie der Kristall da, oder wahr? Äh, Exemplar gefangen. Schwere Exemplar gefangen. Besiegt. Einsatz von Walzer gesehen. Ja, da fällt noch ein bisschen was. Da kann die Pflanze besiegt. Äh, schwierig. Kann das entwickelt haben. Auch schwierig. Überrumpelt. So liebe ich das. So, nochmal Konfusion. Ist auch ein paar relativ schwache Attacke für Damienplex. Genau. Seine Angriffe. Perfekt. Dann kann ich den ganz vorwärts switchen. Einen Pokéball schmeissen. Dieser schwersexemplar könnte ja sein. Ne, offenbar nicht. So. Dankeschön. So, dann könnte man ja eigentlich direkt mal etwas herstellen. So, die Schwerbälle sind ja eigentlich schon geil. Und hat man ja unaufmerksames Pokémon betrifft. Genau. Sparen wir noch ein paar Items. Bingo. So. Äh, okay. Also markiert auch nicht von der Karte irgendwie. Aber. Ah, bin natürlich wieder falsch. Super. Hey, Sterralidi. Und Tschüss. Das Ätherkuh. Da haben wir nochmal einen kleinen Stein. Ups. Ein bisschen weit weg gewesen. Aber egal. Wasserdäuse. Ich glaube, ich hätte für den Pokédex noch mal die Attacken einsetzen, oder? Offenbar nicht mehr. Uh, wilde Drift lohnen. Vorne offenbar, ja? Äh, da sind ja Geist-Pokémon. Man könnte bekämpfen. Wir können einfach aus dem Weg gehen. Die machen eh nichts. Die sind zahm. So, warte mal. Dort haben wir noch etwas. Ah, komm schon. Ich will da rauf. Ah, fuck. Hey, Kleinstein. Wow. Die geht bis Schimmons. Oh, da ist er. Wow, Hilfe überall Pokémon. Come on. Uh. Alter, was ist denn da los? Boah, sind wir jetzt irgendwie hinter mir her, oder was? Okay, jetzt bin ich gleich wieder auf dem Weg zurück, den ich eigentlich nicht wollte. Aua. Das erste Mal Schaden bekommen, wenn wir wilden Pokémon. Und Tschüss. Hallo, Freunde. Na, was geht ab? So, machen wir es halt so. Bammelin, macht euch beide platt. Gar kein Thema. Und Tschüss, Mann. Und gleich nochmal eine Wasserdüse. So, dann müssen wir noch ein paar Mal die Einsätze von Wasserdüsen sehen. Ein paar Mal besiegt. Und nochmal Zeit für ein paar Schwärbel. Sehr schön. Ähm. Ähm. Ich meine aktuell 16. Hm. Mann. So. Schon besser. So, wie sieht es? Immer die falsche Tasten. Also. Komplett falsch, warte mal. Oh, hier unten ist es Parasig. Alter, ist das viel gross. Hä? Ist das da irgendwo? Ja, da vorne muss es sein. Okay. Zubat sind ein Gift Pokémon, beziehungsweise ein Gift Flug. Also kann ich ihn da locker mit der Konfusion noch ein bisschen reinbrechen. Und Tschüss. Äh. Ist das kein Doppelkampf gewesen? Alter. Ups. Falschattacke. Gut. Wir können zwar fangen, aber... Nö. Der Text braucht ein paar Angriff... Äh. Ein paar Erfahrungspunkte. Denn ich will es ja weiterentwickeln. Tsching, tsching, tsching. Ah, da verlorene Items. Sehr schön. Uuuuuh. Okay, dann haben wir einen Boss. Also der Boss ist natürlich übertrieben, aber ihr wisst schon was ich meine. Aua. Äh. Was ist los? Ich hab da euiges Ausrufezeichen... Achso! Wegen Funksacherforum. Ein paar Dankbarkeitspunkte. Sehr schön. Jaaa. Wie es wir da irgendwie die tausend Dankbarkeitspunkte haben. Ich glaub da kann noch ein bisschen dauern. Klappt da? Hm. Okay, das Pokémon rausgekommen ist nicht. Schade. So warte mal. Wir haben dort ein Paraseg. Ich will ja nicht irgendwie einen Job für Igelava. Ich misch' ich bin zu weit weg. Was ich doch mal könnte versuchen ist irgendwie mit einer Sinnelbeere. Den darf ich mal hier anlocken. Hm. Das ist knapp gewesen. Okay, ich räume ja schon. Der wird reiss. Ja der müsste doch gehen. Oder auch nichts. Alter. Da. Nee Kumpel. Äh. Ja. Wir hauen ab. Was ist denn das? Ich hauen ab Mann. Äh. Das andere Item müsste unten sein. Okay. Aber den Weg folgen. Ja. Ich habe jetzt ein paar Paras. Sehr schön. Ja. Ich habe jetzt mal noch die Feuerwehr heilen. Äh. Igelava. Entschuldigung. Nehmen wir doch direkt mal ein Superdrank. Denige Lava ist ja auch ein super Pokémon. Du du du. Ah. Ah. Burn baby burn. Danke Lava. Das war ein Typ Feuer besiegt. Der gibt schon einen Pokédex den Eintrag. Der ist natürlich sehr hübsch. Ehm. Irgendwo da müsste das Item sein. Ist es da? Jo. Sehr schön. Nein meine Tasche ist voll. Gibt es nicht. Verdammte Mist. Ehm. Sehr doof, sehr doof, sehr doof. Ehm. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ehm. Ehm. Maustartes Pokémon. Im Kampfstarke. Ah no, ne. So items hasse. Hm. Oh. den leistungslevel leistungs keys ja gut wieder mal ein bisschen herstellen gar nicht anders so willst du nicht platz willi buch den zählpilz dankeschön ist auch für quest quest so machen wir erstmal das paras auch noch platt nachher fangen wir das andere oder versuchts zumindest interessant paras sind also zählpilzkei oder gut zu wissen die offenbar ein bisschen zu nut paras noch nicht gefangen dankeschön so uns andere holen wir jetzt nämlich auch noch pokéball flieg 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 jo perfekt so nehmen wir dort items du bist jemand was macht denn der da oben ich meine da hat der freie wilden ist gesehen mir relativ wenig menschen und selten per mitglied der schwankt und wackelt das habe ich einfach mal gegeben ah ok ja kennen wir kennen wir perfekt so da heisse ich natürlich die markierungen hier wieder wegnehmen mir fehlt hier eine Art minimap aber gut wenn es noch nicht gibt so jetzt machen wir uns wirklich mal auf den weg weil äh ich habe nicht so dass ich die ganze Zeit so umhampeln bin aber es ist halt eben so eine Art open world feeling dann muss es ja fast auch ein wenig so sein oh oh pidi fas äh nicht überhummel gesehen ach euh nicht überrummelg gesehen hoffenbar nicht So, jetzt habe ich aber auch genug. Schwer, aber los! Geht doch. Biddy-Faass! Level Up für die beiden auch noch, sehr schön, Einsatz von Donnerzange gesehen, ja, kann ich bestätigen. Perfekt! Level Up, Level Up! Ah, ich liebe so Level Ups! Äh, Moment, doch, Items, ich muss ganz kurz Luxio wieder heilen. Dankeschön, dann vielleicht noch eine kleine Sinnelbeere. Also, Dendamiaplex, bitte mal das aufbrechen. Dankeschön! Nehmt da hinten nochmal so einer. Könnte da ein Kranchen rausbrechen oder wird es ein Sand-Dingsbums sein? Noch eine tiefer Raufen. Sternenstaub! Dankeschön! So, also, vom Weg her ist aber korrekt. Ja, ich glaube jetzt mal in der Übere. Genau. Das stimmt. Was ist denn das? Eisenbrochen ist der, ich denke jetzt ja gegen Thor's Hammer oder so. Hä? So. Was? Ähm. WTF? Bin ich gerade ernsthaft getrunken? Okay. Gut, jetzt wissen. Äh, wie soll ich den Sushi brauchen? Aha! Okay. Hm. Gut, das ist einfach nur zum Vorführen gewesen. Ich habe ich schon weiss. Oh, da haben wir hier so einen Elite-Fuzzi. Ich denke, ob ich mit Driftlohn ane soll. Weil es scheint ja irgendwie normale Attacken zu beherrschen. Aber mal gucken, wie stark es ist. Oh, das ist eigentlich auf dem... Es liegt ja auf dem Weg, also darf es jetzt nicht so stark sein. Ja, gerade wollte ich sagen. Warum beherrscht das Vieh-Eisturm? Hypnose-Kraft, genau, damit es schneller funktioniert oder was? Hypnose! Schläfrig! Natürlich trifft es trotzdem nochmal, ist klar. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. So, jetzt können wir mal versuchen, ein Alpha-Pokemon zu fangen. Man hat einen Status drauf, also Schläfrig. Die KP sind niedrig, es können funktionieren. Puff. Ah, meine Fack-Taste ist schon wieder voll, ey. Ah, da gibt es doch nichts. Was ist da los? Okay, warte mal. Dann brauchen wir jetzt auch mal die Supertränke auf. Perfekt! Der nehme ich auch mit. So! Richtig stimmt noch. Alles perfekt. Damienplex! Innerwald. Innerwald. Ich muss auch sagen, Innerwald bedeutet, dass es auch Pokémon ein bisschen stärker werden. Ah, aber es sind natürlich auch andere Pokémon. In der Taste ist wieder voll, aber ist mir gerade egal. Ein Haspiror. So! Nein! Oh! Okay, wann jetzt gerade fallen lassen? Nein, aber die Beeren. Na gut. Die können jetzt noch einmal verzichten. Ups! Hm. Dort würde es weitergehen. Wollen wir da sonst noch so? Oh! Dort könnte es Kleinstein drunter sehen. Was? Er blieb da! Super! Wah-wah! Ne du mich auch wah-wah! Ne du mich auch wah-wah! Die mit ihrer Aquawelle! Du 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 du! Ich mache mal Dampfwalzen. Weil es ist ja Bodenattacke. Es müsste bei Wassburg nicht zu viel. Schade machen. Schade. Das war ja gegen Pflanzen. Sorry. So. Wenn wir da drinnen schiessen. Das Kleinstein. Tatsächlich. Es ist aufgeschreckt. Du 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 du. Und jetzt ist es Futsch. Der Haspiro schon wieder ey. Was zum? Hey Anton. Wie gehts? Oh! Hey! Jetzt verfolgt mich ja. Als wieder bin ich bald down. Fächer jetzt so etwas. So. Aeroas! Brr brr brr. Und noch ein Rutsugip hinterher. Zum Glück ist es kein Kampfpokémon. Äh. Jo. Pokéball flieg und sieg! Puh geht doch. Es endet angefangen. So. Ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Ich muss zuerst mal ein wenig warten bis sie wieder heilen. In Offenbar gibt es ja gar keine KP Balken für uns selber. Also wir müssen einfach warten bis wir wieder äh kalt sind. So klappt das offenbar. So klappt das offenbar. Feuerstein! So eins am Entwickler oder was? Oh die scheisse Taschen schon wieder. So. Ich setz mal bei Damienplexi. Yes! Das Entwicklungsitem mit Feuerstein. Krass! Ok. Wir sind glaube ich so wieder fit. Dann würde ich sagen gehen wir ganz kurz da überall. Ah da! Es ist Schalokoksi! Krafttechnik Tackle! Was? Starke Defensive muss ja zugeben. Aber das ist mir egal. Exemplar besiegt. So. Wir haben jetzt aktuell gerade ein bisschen eine Ruhephase. Ich glaube schon. Ok. Dann würde ich doch mal sagen. Es wird Zeit die Folge zu beenden und wieder auf Hochdeutsch herum zu switchen. Ja Freunde. Wir sind hier auf einem guten Weg. Äh was? Wieso kann ich gerade die Karte nicht mehr switchen? Ja. Ok. Ähm. Ah jetzt gehts. Genau. Hier der Königswald ist in Rage. Wir müssen natürlich hin. Da ist klar. Wir sind erstmal im Innerwald um zu schauen. Hier gibt es noch einiges zu entdecken. Nach neuen Pokémon. Darauf gibt es noch ein paar neue. Ein Hassbüro natürlich. Hebelianer gefangen werden. Und ja. Ansonsten sage ich mal an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich zurück. Bis zum nächsten Mal. Bei Pokémon Legan Arkeus. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschau zusammen.